Mein Name ist Manuela Müller. Ich nehme heute teil beim VCF von Hirox. Ich absolviere jetzt mein Workout 3 in der Equipment Division for Women. Ganz kurz zieh mal auf, wenn ich ganz oben bin mit der Hand. Ich nehme es dann einfach in die Hand, wenn du fertig bist. Lass mal unten die Hände dann ziehen. Ja, genau. Hast du schon gestartet? Ja, jetzt läuft's. Hi, ich bin der Benedikt Morzinik und ich mache jetzt das Workout 3 von Hirox VFC. Und ich gehöre zur Morning Crew von CrossFit Neumarkt. Ja! Ich habe vergessen. Läuft das sicher, aber das bewegt sich gar nicht. Läuft nix mit, ne? Doch, das läuft schon, weil noch kein Timer ist. Unten geht der Timer. Okay. Ähm. So, sind wir alle bereit? Dürfe ich eigentlich schon mich am Boden legen? So starten. So starten. So starten. So starten. So starten. So starten. Jura 5. 3. 2. 1. Moose. Hör mit den Armen. Hüfte gleich mit hoch. Hüfte gleich mit hoch. Hüfte gleich mit hoch. Hüfte gleich mit hoch. Wenn das reicht. Mit Ellenbogen, Vinny. Zieh mit den Ellenbogen, ja. Auf geht's, auf geht's. Hat sie schon gewechselt? Ja. Bei 15 hat er gewechselt, oder wie? Die beiden. 19. 8. 3. 2. 3. 2. 2. 1. 2. 3. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. Sehr gut, Mano. Gutes Tempo. Zieh mit den Ellenbogen. Ja. 2. 3. 3. 3. 3. Super Tempo. Sehr gut, Benne. Zieh mit den Ellenbogen. Mach einen Schwung. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 3. 1. Sehr gut, die Hälfte. 4. 3. 3. 4. 3. 4. 3. Ja bin drauf. 4. 3. 3. Auf geht's, Manu! 3. 35 38 6 39 37 40 Mach den Snatch, zieh mit den Helmbogen 38 51 Nutze die Hüfte 39 42 Gut, Bene Zieh mit den Helmbogen, nicht mit den Schultern Ellbogen Ja Auf gehts, Manu, Bene Streiche Raps vor dir Ja Der ist schlammig geschenkt Der muss ja mehr Gewissen machen Sehr gut 15,50 7,50 46 50 7 51 51 50 90 50 50 50 15 15 15 15 15 15 50 15 15 15 Ja, alles gut. Sechs Minuten hast du bis jetzt. Super auf der Zeit. Wir sind richtig gut in der Zeit. Sau stark. 58, Zeit bekommen. Sechs noch, auf geht's. Morgen muss ich jetzt. Letzter jetzt. Super. 60, sauber. Ja. Und bin ich. Auf geht's. Auf geht's. Musik sehr gut, stark f*** sehr gut, stark f*** weiter so, sehr gutes Tempo echt beeindruckend steh ganz auf steh ganz auf ja auf geht's auf geht's gleich geht's weiter auf geht's steh ganz auf bin ich steh ganz auf geht's gleich geht's weiter schüttel ein bisschen die beine schüttel ein bisschen die beine filme noch mal die gewichter und dann kannst du stoppen ja du musst halt da immer und dann das video stoppen 20 noch auf geht's manu auf geht's gleich hast du es geschafft auf geht's gleich mit fertig jetzt ist die Zerholung gekommen 10 10 10 10 10 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 4 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1